Was ist die Caritas-Spendenaktion Adventsengel für arme Familien vorgesehen? Die Caritas-Spendenaktion Adventsengel ist für arme Familien vorgesehen. Aus unserer Beratung haben wir ganz typische Beispiele, wo Familien in Not geraten. Da ist die Waschmaschine kaputt, da geht es auf Klassenfahrt oder das Kind erkrankt und muss zum Facharzt. In all den Fällen ist Not am Mann oder Not an der Frau. Wir wollen mit dieser Aktion Familien in Not schnell, wirksam und vor allen Dingen unbürokratisch helfen. Das Geld kommt auch wirklich bei den Familien an. Wir bitten um Ihre Unterstützung, freuen uns über Ihre Spende und jeder noch so kleine Betrag hilft uns.